Steno-Kulturerbe Understroke Steno Diese besondere Schreibweise dient der leichten Indexierung in Google und YouTube. Lieber Karl-Heinz Jaritz, liebe Renate Schad, liebe Steno-Freunde, wie Google von Steno-Freunde fand ich diesen nach Resonanz rufenden Artikel. Den Link hierzu gebe ich in der Beschreibung. Diesen Artikel, wo sich engagierte Zeitgenossen wie Herr Karl-Heinz Jaritz, siehe Wikipedia, und Frau Renate Schad, Vereinsgründerin und Stenomeisterin, für lebendiges Steno im 21. Jahrhundert einsetzen. Zitat Die Stenografie soll zu ihrer Verwendung als Gebrauchsschrift auch die eines Kulturerbes bekommen. Das habe ich zu stark abgekürzt. Eines erhaltenswerten Kulturerbes bekommen. Zur Verfügung dieser, zur Unterstützung dieser Idee, schreibe ich meinen Beitrag als Stenogramm auf einem Tablet mit drucksensitiven Stylist, das ist kein Kugelschrabe, das ist ein Stylist, der bald als YouTube-Video unter dem oberen Titel gefunden werden kann. Auch in YouTube, nicht nur in YouTube, auch in Google, denke ich. Ich schreibe ihn in meiner persönlichen an der Redeschrift orientierten Handschrift, die garantiert verstanden werden kann, da ich im Video, diesem Video jetzt, den Text vorlese, wie man hört. Auf eine Videoantwort freut sich hoffentlich nicht nur Friedemar. Danke.